Was ist ein Pudding? Kommen Sie drüber Na, oh, oh, jetzt die dicke Popo Ja, der geht drüber hin Bitte in ein Badetäu, guck mal hier Was darf ich denn noch gern? Der ist ja schon ein Stau Emi kann hier auch rein Ich bin gerade am aufnehmen Oma Ja, der bürst du nicht Boah, die Fliesen sind heiß Charisse, willst du auch in Baden? Emi kann hier rein, mach ab Geh rein, mach ab Emi Mach schön ab Emi kann hier rein Emi kann hier rein Emi kann hier rein Emi kann man ab, hier darfst du wohl, ist Abkühlung Guck mal, die Plänche, Plänche Guck mal, die Plänche something Quasi auch Guck mal, die Pflanzen Guck mal vor